Das ist ein schlechtes Wetter, es riecht und stirbt und schneit. Ich sitze am Fenster und schaue hinaus in die Dunkelheit. Da schimmert ein weinsames Lichtschirm, das wandelt langsam fort. Ein Münderchen mit dem Ladernschen Band über die Straße dort. Ich glaube, Mehl und Eier und Mutter kaufte sie ein, dass sie will einen Kuchenbogen fürs großen Töchtern an. Die Licht zu Hause im Lennstuhl und blitzelwitzels Licht. Die goldenen Lachen waren über das süße Gesicht. Die Licht zu Hause im Lennstuhl Die Licht zu Hause im Lennstuhl Die Licht zu Hause im Lennstuhl